Heute gibt's ein Let's Play vom 29.10.1994. Gespielt wird Findish Freddy's Big Top of Fun auf dem Commodore Amiga 500. Ganz viel Spaß dabei, es ist wirklich ein sehr, sehr lustiges Spiel. Hallo liebe Zuschauer, 29.10.1994, gleiche Datum wie eben, als wir Schlumpfe kommentiert haben. Jetzt sind wir auf dem Amiga Zug, Gast bei Findish Freddy. Hier sind wir auch schon, das ist so eine Art Vorgeschichte ist das hier, bei Findish Freddy. Ist ein sehr lustiges Spiel. Ja, jetzt geht das schon los, ich höre den Sound im Hintergrund. Hurry, hurry, hurry. Da schalten wir jetzt so erstmal um. Hier ist Timo Steiner, kannst mal so deinen Kopf ins Bild. Was soll ich denn sagen, du drückst mir das hier unter die Nase. Hallo liebe Zuschauer, ich bin der Spieler hier vom Dienst oder sowas. Ich verstehe das nicht. Ja, da schalten wir jetzt doch gerade wieder um. Ich habe hier so ein Knöpfchen, wenn ich das drücke. Hier ist los. Ja, hier kann man die Spieler auswählen, ein Player. Next Beast, das kann man sich auswählen, was man ist. Der ist der. Ähm, was ist denn das? Was ist das für ein Tier? Ja, ein Tiger, so eine Art Tiger ist der. Er ist immer ein Tiger. Ja, hier geht es gerade schon sehr, sehr lustig los. Es wird angekündigt, ja, beim Amiga ist natürlich immer der Nachteil. Der lädt so viel und in der Zeit, wo der Amiga lädt, unterhalte ich mich mit meinem lieben Freund Timo Steiner. Ja, Timo Steiner. Nur ein einziger Player. Normalerweise spielt man das Spiel ja mit mehreren. Du warst ja immer ziemlich gut. Du willst auch wieder ziemlich gut werden. Äh, will ich da mal hoffen. Ja, gut. Alles klar, wir fallen uns mal um. Ja, ja, ja. Ja, erste Disziplin. Man muss da wie im Schwimmbad von etwas runter springen, nur dass unten kein, also wie vom Block jetzt springen, nur dass da unten kein Schwimmbad ist, sondern einmal eine große Wassertonne. Und dann wird es immer kleiner, wenn man es packt, aber das werden Sie sicherlich selber noch sehen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig, eine lustige Angelegenheit. Jetzt geht er erst mal hier hoch. Ah, da, hier kommt unser Held. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob er das schafft. Ja, es könnte sein, dass Sie das Joystick-Geräusch im Hintergrund hören. So hört sich das ungefähr an. Ja, wenn Sie es hören, ja, da macht er sehr schöne Verrenkungen. Das ist natürlich witzig. Oh, gleich hat er es geschafft. Er ist in der Tone drin. Ja, er hat es tatkräftig geschafft. Und der Computer lädt auch die nächste Disziplin ein. Oder nein, er lädt die Richter ein. Oh, das wird natürlich schwer. Er muss sich dann richten lassen. Aber die lädt er erst nachher ein, denn er hat es ja geschafft. Und somit geht es ab in Stufe 2. Stufe 2 ist ein Wasser-Eimer, der ist ungefähr so groß hier. So, und da muss er dann reinspringen. Ja, haben wir uns gerade pünktlich rübergeschaltet. Er springt gerade hinunter. Ja, meine Kollegen in der Regie haben doch das richtige Gespür dafür. Oder kam schon wieder der Saboteur. Er wollte ihn sabotieren. Unseren Timo Steiner. Aber das lässt er sich natürlich nicht gefallen. Er ist auf dem besten Wege. In den Eimer zu fallen. Er schafft es. Hoffentlich auch. Ja. Sehr schön. Er hat es geschafft. Und wir freuen uns doch alle. Der Computer lädt. Die nächste Stufe ist ein Amboss. Da muss er dann drauf springen. Schmerzhafte Sache. Aber wer es mag. Vielleicht ist er auch ein Masorist. Wer weiß es. Ich meine irgendwie. Da fallen wir uns doch glatt um. Ja, Sie sehen schon rechts unten. Man kann den Amboss einigermaßen erkennen. Oh, da klingelt es wieder. Und der Saboteur kommt. Wenn er da nicht so eine Verrenkung macht, dann kommt der Saboteur. Oh, jetzt springt er auf den Amboss drauf. Und er hat es geschafft. Wunderbar, wunderbar. Ja, jetzt kommt die letzte Stufe für dich. Nämlich eine Tasse. Eine Tasse wird schwer. Mal sehen, ob ich reinpasse. Es wird schwer bei dir. Es wird sehr schwer, da reinzupassen. Nein, nein. Der Kommentar wird nicht geschlagen. Hier sehen wir übrigens, dass das Teil mit dem Timo Steiner spielt. Ein Competition Pro 2000 Standard. Ja, das stimmt. Du hast ihn mir repariert. Aber, ich sage, los geht's. Ja, Sie sehen rechts unten, links unten, der Punkt wird immer kleiner. Rechts unten natürlich auch. Da kommt der Saboteur, dann macht er wieder Verrenkung. Und das Saboteur haut auch schnell ab. Wieso er abhaut, das weiß ich nicht. Also, ich weiß nur, dass wir jetzt schleunigst wieder umschalten müssen. Ja, gleich ist es soweit. Oh, schon wieder der Saboteur. Und schon wieder die Verrenkung, die den Saboteur vertreibt. Und geschafft, liebe Zuschauer. Sie haben es mit eigenen Ohren gesehen. Er passt in die Tasse hinein. Das ist doch lustig, lustig, tralalalala. Und jetzt kommen aber die Richter, die ihn bewerten. Ja, der Computer lädt. Noch ein wenig. Hier kam der Jatsch. Jatsch, Jutsch, Jatsch. Was weiß ich, wie das ausgesprochen wird. Jutkes. Jutkes kann man es natürlich auch aussprechen. Wer es mag. Wem es gefällt. Jutkes. Also, die kommen jetzt. Und, jo. Noch mal gespannt, wie viel Timo Steiner bekommt für seinen Auftritt. Es wird immer in Kohle. Wird das einem gegeben. Es wäre gut, wenn er nach allen Disziplinen 10.000 Dollar zur Verfügung hat. Aber dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Ich weiß es nicht. Jetzt geht es schon los. Ja, das ist eine sehr lustige Angelegenheit. Sie müssen mal auf diese fünf Personen achten. Jetzt. Ich finde es witzig. Du nett, Timo? Ist cool. Aber, sagt er. 220 ist natürlich nicht so toll. Nicht so prickelnd. Naja, was will man machen? Aber 10.000 wirst du schon noch kriegen. Timo? Ne. Ne, sagt er. Er ist halt ein Optimist, dieser Timo. Lustig. Frischi. Ah, jetzt sehen wir die nächste Disziplin eingeblendet. Das ist das Jonglieren. Ja, wollen wir mal gucken, ob Timo Steiner ein guter Jongleur ist. Ich persönlich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, der Computer lädt unaufhörlich. Das gibt uns die Möglichkeit, uns mal wieder einzublenden. Hier sind wir wieder. Und Datum sehen wir auch eingeblendet. 29.10. Es müsste hier unten, müsste das sein, ja. Da. 29.10. Da 94. Und wir müssen uns schleunigst umschalten. Now appearing. Player 1. Level 1. Player 1. Level 1. So meine ich natürlich. 42 Sekunden stehen ihm zur Verfügung. Sie müssen gleich mal rechts achten. Da wird nämlich der Seehund weggelockt. Jetzt müsste es passieren. Ja, da wird er mit einem Fisch weggelockt. Auch eine Möglichkeit, den Seehund zu bestechen. Und da wirft der Saboteur doch tatsächlich eine Bombe. Hermann. Tja, was macht Timo? Jetzt hat er eine Bombe in der Hand. Er muss natürlich so tun, als wenn, ähm, er muss natürlich so tun, als wenn ihm das egal wäre. Er muss ja die Zuschauer unterhalten. Eine Sekunde war noch übrig, liebe Zuschauer. Dann hätte er es geschafft. Schade, schade, schade. Ja, ich kann mich daran ändern, Timo. Ja, aber was, sagst du, ähm, du dazu? Scheiße. Knapp. Scheiße, knapp. Ja, scheiße, knapp. Schon besser. Schon besser und wir schalten uns um. Dies ist, ist, sind wir übrigens Timo Steiner's Hand. Hier, da. Und, aber ich glaube nicht, dass sie das besonders interessiert. Was hat er jetzt vor? Ja, blende mal aus. Scheiße. Wir haben uns ins Schwarze geblendet. Nein, jetzt blendet sich der Computer ein. Nao Yijing. Das ist geil. No, 460. Na ja. Na ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Wie ich meine, der Computer lädt und das gibt uns die Möglichkeit, mit Ihnen zu reden, Ihnen ein paar Sachen zu sagen. Die nächste Disziplin wird sein, dass Trapez, genau, Trapez, da hat Timo Steiner mir das richtig vorgesagt. Hier sehen wir übrigens, ah, das Datum, ähm, über, ähm, das Datum ist hier im Wege. Hier, den kann man nicht so gut erkennen, den typischen Nintendo Joypad. Hier können wir ihn, könnt ihr euch den mal reinziehen. Hier sehen wir übrigens den Super Gameboy mit den Schlümpfen, mit dem Schlümpfspiel im Bild. Schlümpfspiel? Schlümpfspiel, genau, Schlümpfspiel. Now appearing, Player One, Level One, im Trapez springen. Ja, vielleicht wird's bald mal. Timo Steiner hat da nicht auf den Knopf gedrückt, hat ein wenig geschlafen, aber jetzt ist er wieder wach. Ja, sehr schön. Wenn du nur Knopf drücken, ist nicht. Du musst da auch was mitmachen. Wenn du nur Knopf drückst, geht's ab nach unten, wie du schon gesehen hast, Timo. Ja, danke für den Tipp. Ja. Ah, schon wieder nach unten. Schade, schade. Aber er, nein, er hat jetzt keinen Versuch mehr, das tut mir persönlich natürlich sehr leid. Aber jetzt kommen ja natürlich wieder die Richter und die, ich weiß nicht, ob sie so großzügig mit dem Timo sind, denn er war wirklich nicht so gut jetzt. Ähm, naja, müssen wir mal sehen, wie sie, was sie ihm geben, ich glaube, also ich, mein persönlicher Tipp ist mal so 16 Dollar. 16 Dollar mehr kriegt er nicht. Ne, doch, ne, Moment, er hat ja ein Seil erwischt, sagen wir mal so 50 rum. Ja, 50 rum müsste er eigentlich so kriegen. Wärst du damit zufrieden, Timo? Bei der Leistung, ja. Ja, bei der Leistung kann man mit 50 zufrieden sein, das sehe ich auch so. Wieder ins Schwarze geblendet, zwar wieder, klasse gemacht. Na, gelangweilt sind sie. Ja, und wieder die Torte. 160. Ui, da kann er zufrieden sein. Da kann er sehr zufrieden sein. Und ich höre gerade von meinen Kollegen aus der Regie, wir haben als nächstes Crazy Sioux für sie vorgesehen. Ein doch sehr lustiges Computerspiel im Public Domain Bereich auf dem Amiga, nur leider finde ich es nicht. In der, was ist denn? Ah, so, da muss man jetzt die... Ach, ich stehe ja. Hier bin ich wieder. Ich muss jetzt Disketten wechseln. Timo ist jetzt ins Laufwerk stecken. Und, ähm, Timo, such doch mal bitte Crazy Sioux raus aus meiner Diskettenbox, denn... Das wollen wir... Was ist denn hier los? Herr Mann. Was ist denn da drauf? Ah, jetzt funktioniert's. Ähm, ja, wo ist Crazy Sioux drauf? Liebe Zuschauer, ich weiß es jetzt leider nicht. Das wäre natürlich schade, wenn wir das nicht kommentieren können. Das ist wirklich ein hervorragendes Spiel. Macht also jetzt sehr viel Spaß zu spielen. Und... Hast es gefunden? Naja, scheiße. Nein, wir gucken da nochmal nach und halten sie natürlich auf dem Laufenden. Ja, ich höre den Computer immer noch laden, aber wir können uns angucken, was die nächste Disziplin ist. Messer werfen, liebe Zuschauer. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Disziplin. Dabei kann man sehr viele Schmerzen davon tragen. Ähm, doch, doch, das... Liebe Kinder, macht das nicht nach zu Hause. Was ihr hier seht, macht das ja nicht nach. Was ihr hier seht, macht das ja nicht nach. Ich finde einfach kein Crazy Sioux, liebe Zuschauer. Das ist ärgerlich. Wo habe ich den Pack nur hingetan? Ah, er muss die Ballons treffen. Ja, einen hat er jetzt getroffen. Ah, die Bombe nutzt nicht so viel. Ah, da... Da trifft er den Ballon... Einfach nicht. Da lacht der Saboteur sich eins. Ja, da wird er abgeschraubt, denn er hat keine Messer mehr. Ja, schade, schade drum. Es hat nicht sollen sein. Wieder mal verschissen. Und die nächste Disziplin, die letzte Disziplin, wäre das Cannonball. Aber vor dem Cannonball kommt natürlich noch auf dem Seilbalancieren die Disziplin, die auch sehr, sehr schwer ist, die man nicht unterschätzen sollte. Ja, wieder mal die Laderei. Ich gucke mal, wie weit er ist. Ich glaube, jetzt müsste es losgehen. Ja, da habe ich den richtigen Riecher gehabt. Ja, gelangweilt mal wieder. Und mal wieder die Torte. 841 hat er. 257... Also 200 Dollar, 57 Cent. Komm dazu. Und insgesamt hat er 1041,77. Ja, mit Crazys Hue, das tut mir persönlich sehr leid. Wir können es Ihnen leider nicht bieten, denn wir müssen dann ein anderes Spiel kommentieren. Ja, ich gucke auch gerade mal, wie viel Uhr wir haben. Viertelachtsmüll vom 1 Uhr muss Timo zum Fußballspiel. Und dann noch eine Hochzeit, denn heute ist Samstag, der 29. Oktober 1994, um 12.15 Uhr mittags. Mal wieder die Laderei. Das nächste Disziplin sehen wir hier im Bild. Jetzt geht es los. Sie hören schon die Schreie. Oh, wenn der Stab rot wird, dann ist es gefährlicher. Oh, das wird sehr, sehr gefährliche Sache werden. Na, jetzt ist er verschissen. Er fällt hinunter, er fällt aber ziemlich langsam. Ja, Timo, Timo, der regt sich aus. Hier sind die Gesichter. Diese hier meine ich nicht, die hier. Die sind natürlich auch da, aber ich meine natürlich die da. Oh, was passiert jetzt? Oh, oh, der Saboteur ist wieder am Werk. Ja, das ist lustig. Das ist genau mein Humor, liebe Zuschauer. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Timo Scheiner lacht sich hier eins. Ja, da lacht er sich eins. Der Meckes. Ja, der Saboteur steht da sehr stolz. Ist er auf sich. Aber Timo Scheiner hat natürlich noch einen Versuch. Ja, oder probiert er auf Nummer sicher zu gehen. Oh, er hat es gleich geschafft. Sie sehen es. Nur noch wenige Sekunden vorm Großen. Oh, Schiss. Und gepfiffen. Er hat verloren. Gelust, wie man will. Abgeschissen. Ganz, wie man will. Das hat nicht sollen sein mit ihm. Schade, schade drum. Und wir gucken mal, was denn los ist. Tja, wieder der Hammer. Das ist wohl der Hammer hier. Ist echt der Hammer. Scheiße. Übrigens, hier ist Sat 1, ganz klar. Die beste Zeit des Tages. Hier kam die Jatsch. Kommt gleich eingeblendet. Ja, unsere Regie-Freunde haben uns das eingeblendet hier. Schöner Service. Mal sehen, wie viel er jetzt abstaubt. Ich glaube, dass er nicht so viel abstaubt. Komm noch mal ins Bild, Timo. Damit die Zuschauer auch mal den Spieler sehen. Ja, jetzt kommt's so. Ah, da ist er oben rechts. Sehen Sie ihn jetzt nicht mehr? Feindlich. Ich weiß überhaupt nicht, was der will hier. Da schalten wir uns doch glatt um. Now you're doing player one. Das ist natürlich Timo Steiner, den wir hier sehen. Oh, oh. Da wären sie Bies. 540. Menschenskinder. Na, das kann ich doch sehen. Oh, nein. Diese Sendung ist mal wieder von Pannen übersät. Oh, es klappt mal. Ja, wenn Timo Steiner nicht ins Bild will, mach ich halt so. Denn dann bin nur ich im Bild. Und das wollen sie doch sehen. Schätze ich mal. Oder? Schätze ich da falsch? Ich. Du, den Bild aus dem Typ. Hahaha, Steiner ist raus. Hahaha, scheiße. Ja, Timo Steiner. Bis mal wieder. Hier oben. Du, den Bild aus dem Typ. Timo ist gut, Timo. Ganz. Ist ja alles, es wird alles gut werden. Ganz, ganz ruhig. Es wird. Gleich kommen solche netten Herren in weißen Kitteln, die werden dir dann helfen. Also, es wird alles gut werden. Also, was der hier, also, der ist ja bald am Ausrasten, deswegen schalten wir uns um. Now, Beering, Player One, Level One, schon zum zehntausendsten Mal heute und schon zum zehntausendsten Mal ich. Ups. Ah, hier sind wir jetzt. Oh, diese nette Dame. Tut den Zündstoff in die Bombe. Das ist der alte Flying Bomb Trick. Ja, mal sehen, ob das was bringt hier. Oben sehen Sie. Oh nein. Zu weit. Das wird nichts. Schade drum. Wirklich schade. Hätte mich gefreut, wenn es geklappt hätte, aber dem ist nicht so. Oh, es geht auch gerade schon weiter, deswegen schalten wir es und knackt wieder um. Ja, diese nette Dame finde ich sehr, 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 sehr nett. Ja. Findest du die auch nett, Timo? Besonders fein. Ja. Die hat auch besonders feine Schuhe. Hat diese Dame an. Besonders feine Schuhe. Und hier bin ich. Bin auch besonders fein. Und klein. Klick. Oh, knappe Angelegenheit war das hier. Schade drum. Schon wieder hat es nicht geklappt. das hat mal wieder nicht sollen sein. Was ist peinlich? Na, Timo spricht heute nicht besonders gut. Schade, schade drum. Ähm. Naja, was will man machen? Gleich kommen wir an die Jutsch nach dem Versuch. Er wird der Computer lehnt. Nein. Nein, nein, nein. Ich blende uns nicht ein. Das wäre ja noch schöner. So, die Kugel fliegt und Timo, glaubst du, äh, kurzer Tipp, pack der es? Ja, 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 ja. Trifft 100%. Okay, mal gucken. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Klasse, Mensch, hat tatsächlich geklappt. Spitzenmäßig, ich freue mich und jetzt kommt wieder eine Ausblende. Mal wieder ins Schwarze getroffen. Oh, er hat noch einen Versuch. Noch einen Versuch, Mann, das ist ja erfreulich. Und wie viel Zündstoff, oh, beinahe voll. Menschenskinder. Ja. 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 Oh, oh, der geht eindeutig zu weit. Oh, ach du, der geht sehr zu weit. Oh, gegen den Pfahl. Tja. Tja, das war's. Das war, Entschuldigung, jetzt sind wir wieder da. Das war, finde ich, Freddy. Noch einmal kommen die Jutsch. Dann ist das schon zu Ende. Ja, und wir sind jetzt eingeblendet. Jetzt sind wir wieder uns eingeblendet. Ja, ja, das war wieder ein spannendes Spiel. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht zu kommentieren. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht zu spielen. Jetzt kommt nochmal ins Bild zum Abschluss, Hermann. Hat es dir Spaß mal zu spielen? Wenn ich besser gespielt hätte, ja. Ah, so hat es dir keinen Spaß gemacht? Nein. Okay. Ja, hier nachkommentieren wir noch ein Mario Kart Race, würde ich sagen. Now you're doing player one, wie gehabt. Ein letztes Mal. Oh, ein letztes Mal werden sie Bies. Und ein letztes Mal kriegt der Zweite von links einer auf den Deckel. Plus 460, 2000. Drum hat er dann, ja, 2042 und 78 Cent hat er auf seinem Konto. Kann er auf seinem Konto verbuchen. Und jetzt kommt natürlich noch eine Endsequenz, der hat keine 10.000. Und jetzt, hm. Ja, hier, ich lasse es mal ohne Kommentar stehen und mach dann nachher aus. Ich verabschiede mich jetzt schon einmal von Ihnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und Timo verabschiedet sich auch. Ciao. Macht's gut und ihr könnt euch jetzt noch den Abspann angucken. Bis zum nächsten Mal.